Herzlichen Glückwunsch. Es gibt in der Geschichte des Films nicht viele Figuren, die man auch von hinten sofort erkennt. Aber in diesem Fall reichen zwei Merkmale. Der Hut und die Peitsche. Und man weiß sofort, Indiana Jones. Der legendäre Archäologe und Forscher, dem Schauspieler Harrison Ford zu Kultstatus verhalf. Seit dem ersten Abenteuer 1981 verkörpert der Indie in einer Mischung aus Action, Klamauk und rasanten Reisen durch die Geschichte. Und auch wenn Ford mittlerweile selbst in die 80er gekommen ist, gab es bei der mittlerweile fünften Auflage, die nächste Woche in die Kinos kommt, nur einen Indiana Jones. Und der kam persönlich zur heutigen Deutschlandpremiere nach Berlin. Markus Reher. Waghalsig, fast schon halsbrecherisch. Harrison Ford gibt wieder alles. Als Archäologie-Professor und Abenteurer Indiana Jones. An seiner Seite diesmal Phoebe Waller-Bridge als Patentochter Helena. Turbulent, auch die Dreharbeiten. Ja, es war herausfordernd und anstrengend. Für mich, nicht für Sie. Wir haben lange gedreht. Wir sind nach Marokko und Sizilien gereist. Dann kam die Pandemie, aber am Ende haben wir es geschafft. Der fünfte Teil der Saga um den Archäologen spielt 1969. Indiana Jones will eigentlich in Rente gehen. Doch dann taucht seine Patentochter auf. Ich bin jetzt im Ruhestand. Wenn das so ist, was trinken wir? Ein für meine Patentochter. Mein Vater sagte mir, du hast etwas gefunden. In einem Zug während des Krieges. Ein Rad, das den Verlauf der Geschichte ändern könnte. Das Rad des Schicksals. Hinter dem ist nicht nur Helena her. Auch Alt-Nazis jagen das wertvolle Artefakt. Und Indiana Jones nimmt es mit ihnen auf. Ruhestand hin oder her. Dieser Indiana Jones darf alt sein. Unverletzlich. Genau das reizte Harrison Ford. Er stellt sich damit auf seinem eigenen Alter. In drei Wochen wird der Hollywood-Star 81. Ich denke, es ist interessant, eine Figur zu sehen, die eine gewisse Kraft hatte und sie jetzt vielleicht nicht mehr hat. Sie werden älter. Jedermann wird älter. Ich wollte nicht so tun, als wäre ich noch derselbe Indiana Jones wie vor 40 Jahren. Der Archäologe mit der Peitsche und dem Hut. Harrison Ford spielte ihn 1981 zum ersten Mal. In Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes. Eine Kultfigur war geboren. Doch nun mit dem fünften Indiana Jones-Film soll Schluss sein. Dies ist mein letzter Indiana Jones-Film. Ich habe keine Pläne oder Ambitionen. Und ich glaube auch nicht, dass die übrige Filmcrew daran denkt, dass ich noch einen Indiana Jones-Film machen könnte. Heute Abend in Berlin ließ Harrison Ford sich jedenfalls feiern. Zur Deutschlandpremiere seines neuen und vielleicht auch letzten Indiana Jones-Films. Also geht es? Ja, es ist es. Ja, es ist.